Schulen und Kitas waren die letzten Wochen ja Monate im ganzen Land geschlossen. Jetzt haben wir eine schrittweise Wiedereröffnung, aber mit vielen neuen Regeln. Also von Regelbetrieb kann noch keine Rede sein. Also ich finde es höchste Zeit, dass die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen jetzt sukzessive wieder öffnen. Mitte März war noch die Situation, dass die Eltern die Kinder bald nicht mehr in die Schule geschickt hätten und die Schließung verlangt und erwartet haben. Und in wenigen Wochen sieht man dann, dass die Belastung für die Familien doch deutlich erhöht worden ist. Viele Lehrkräfte haben sich sehr viel Mühe gegeben, regelmäßig Hausaufgabenblätter geschrieben und auch Videokonferenzen ermöglicht. Aber das ist doch was anderes als der persönliche Kontakt. Und die Kinder brauchen auch den Kontakt zu ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Man muss miteinander kommunizieren können. Und da waren viele doch sehr beschränkt zu Hause. Und deswegen ist es jetzt dringend nötig, nicht nur aus schulischen Gründen, auch aus sozialen Gründen, dass man die Begegnung in der Schule jetzt wieder ermöglicht. Wird Corona denn den Bildungsbereich nachhaltig verändern? Also Stichwort Digitalisierung, Homeschooling, wie schätzen Sie das ein? Ich hätte mir gewünscht, dass wir das viel, viel schneller hinkriegen. Also ich kenne Internatsschulen, die von Mitte März an, seit Schließung der öffentlichen Schulen, vier Stunden Unterricht am Tag gewährleisten können in digitaler Form. Da ist überhaupt nichts ausgefallen. Während viele Klassen keine einzige Videokonferenz bisher veranstalten konnten. Wir müssen dahin kommen, dass wir flächendeckend virtuelle Klassenzimmer einrichten. Jede Klasse braucht Zugang zu einem solchen virtuellen Klassenraum. Da müssen aber alle zusammenhelfen. Die Sachaufwandsträger, die ja in der Regel die Kommunen sind. Wir stellen von Seiten des Bundes viel Geld bereit. Jetzt nochmal 500 Millionen extra für die Hardware, für Digitalisierung. Aber es braucht auch die Inhalte. Also dieses Smart Learning braucht nicht nur ein Gerät, auf dem man es zeigen kann, sondern das braucht natürlich auch Inhalte. Und das erfordert auch Steuerung. Und ich bin sehr enttäuscht von der Leistung, die die Kultusministerien in Deutschland abliefern. Denn die sind es doch gewohnt, dass sie in viele Detailbereiche der Schulen hineinregieren mit kultusministeriellen Schreiben. Man kann nicht von jeder einzelnen Schule erwarten, dass sie digitalisiert, sondern diese Steuerung ist eine Aufgabe, die in der Verantwortung der Ministerien liegt. Und da müssen wir dringend in die Vorderhand kommen. Diese Krise ist eine Chance, das jetzt umzustellen. Das muss passieren. Wir müssen Mittel dafür bereitstellen. Aber es braucht auch den Impetus der Verantwortlichen für die Schulpolitik, das jetzt zu ermöglichen. Und dass das geht, will ich nur ein Beispiel nennen. Die Universität der Bundeswehr in München hat in wenigen Wochen es geschafft, sämtliche Unterrichtsinhalte zu 100 Prozent in digitaler Form bereitzustellen. Zu 100 Prozent. Kein Studierender wird auch nur einen Tag verlieren. Es kann komplett weiterlaufen. Das würde ich mir für die Bildungslandschaft in Deutschland insgesamt wünschen. Wie sieht denn die Bildungslandschaft bei Ihnen daheim aus? Wie ist denn Ihre Erfahrung mit dem Homeschooling? Also mein jüngerer Sohn geht in die Grundschule, in die vierte Klasse. Der darf jetzt als einer der Ersten wieder ran. Das fällt noch etwas schwer nach den langen Wochen Pause, wo es nur Hausaufgaben gab. Aber es ist viel leichter, wenn der Kontakt in der Schule da ist, dann auch mit den Hausaufgaben wieder weiterzumachen. Wenn das allein in der Verantwortung der Kinder und der Eltern liegt, ist das schon eine gehörige Herausforderung. Und mein älterer Sohn, der geht in die achte Klasse, der hat regelmäßig mehrfach in der Woche Online-Unterricht und der hat auch verstanden, dass der Ausfall von Unterricht ihm am Ende schaden könnte. Und deswegen hat er sich selber Pläne gemacht, was er jeden Tag in den Kernfächern machen will. Und da muss ich gar nicht allzu sehr da hinterher sein, weil die älteren Schüler nach meiner Erfahrung merken, es liegt in ihrem Interesse, dass sie da nicht hinten runterfallen, sondern dass sie den Anschluss halten. Vielen Dank.